so herzlich willkommen hier bei ort punkt urd punkt zumindest so angezockt da wie man gerade sieht hier gibt es hier ein zwei drei vier fünf verschiedene geschichten und gibt sechs trophäen von rettalaika naja ich habe ein anderes video mal geguckt ja über viereinhalb von fast fünf stunden gebraucht für platin ja geht darum hier sieht man hier am zu hier so eine frage also was man machen kann da kann man sich eins aussuchen und eigentlich müsste man sich bei jedem mal merken im kopf oder was aufschreiben weil man kann immer zum anderen ergebnis immer hinkommen am zu kann man auch im abkacken sterben oder mal eine geschichte abschließen und dafür gibt es halt so fehlen so hier kaffee entweder trinken oder gehen da kommt nachher was anderes je nachdem wird man da drückt und so geht es halt die ganze zeit so weiter und ja für mich ist ein bisschen zu langweilig naja vor allem da ich nicht genau weiß wie das vierte ihr ende überdosis zu viel kaffee viermal kaffee zage überdosis war ja 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 da ist ein bisschen zu nervig deswegen aufgehört so sag ich mal so trotzdem coole idee hat auch viele viele preise gewonnen bei anderen game veranstaltungen da habe ich so sachen aussuchen kann immer na wer will sollt weiter spielen die spieler vielmehr nicht mehr an mir ist das egal 20 prozent ist auch für händen und kriegt noch anders zu tun in meinem leben deswegen war ich hiermit könnte ich gerne noch das rest noch angucken und ja schon ein paar novies zu machen deswegen sage ich mache euch noch schönen haben wir zum nächsten Mal schauen wir zum nächsten Mal schauen wir zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020